Da ist sie wieder. Es geht mir schon ein bisschen besser, aber es tut immer noch Aua. Aber es weckt ja nicht aus. So eine Eisenstange im Bein. Ich habe gedacht, das passiert durch einen Unfall. Das ist ein Eisenspanger höchstens mal. Mich streift oder so, aber... So habe ich auch einen abgültigen. Wie geht es eigentlich los? Richtig. Ein bisschen tapferer kleiner Mann. Ein kleiner Mann? Nein. Tapfer? Nein. Das ist ein kleiner Mann. Ich kann das nicht abgültigen. Ich kann das nicht abgültigen.